Deutschland, heute können wir sagen, Kurs hat nötig sein. Schön, ja, da müssen wir ganz korrekt sein, ganz korrekt. Aber jedenfalls nochmals vielen Dank und Herr Jaggi, vielleicht sind Sie so nett, sagen ein bisschen was, nicht nur zur Wanderung, sondern vielleicht auch ganz allgemein. Sie können es auch später tun, weil nachher kehren wir ja noch ein. Aber wir machen ja hier einen Rundwanderweg, also all diejenigen, die mit dem Auto sind, hierher gefahren sind, keine Sorge, weil wir kommen genau auch hier wieder an. Also, nochmals vielen Dank fürs Kommen. Herr Jaggi, Ihr Auftritt. Dankeschön für die Einführung. Meine Damen und Herren, ich darf Sie auch ganz herzlich bei uns begrüßen, auf dem Meigut Jaggi in Oetisheim, unterhalb am Berg oder am Fuß des Saubergs. Wir haben das, wie Sie es schon gesagt haben, schon öfter gemacht und ich freue mich auch darauf, jetzt was zu sagen. Da gibt es natürlich wiederum, auch für mich, viele gleiche Gesichter vom letzten Mal. Insofern kann ich natürlich diese Erbeweiberung nicht neu erfinden. Es wird sich also vielleicht auch manches wiederholen. Vom letzten Mal aber versuche es trotzdem so zu gestalten, die Information im Weiberg rauserstischen, dass der eine oder der andere etwas Neues mitnehmen kann. Das ist schon mal bei mir, nicht? Nee? Nee, mit mir rein. Bis zum nächsten Mal.